Roulette, gewinne Juni 2019 Real 164.300 Euro Quantenmechanik Autor deseltsamek kennt sie YouTube Nun ist der Monat Juni vorbei und unsere Bilanz sieht so aus Das tägliche Spielen nach der Quantenmechanik und der Stringtheorie in einem deutschen realen Cassini hat sich gelohnt Es wurden in Gesamteingetrag von 164.300 Euro gewonnen Dieses Spiel erfolgten alle täglich live im YouTube Livestream und die täglichen Videoaufzeichnungen können auch bei YouTube eingesehen werden Ich rechne es als ein großer Erfolg mit Vernunft und überlegter Technik Haben wir diesen Gewinn im gesamten Monat von 164.300 Euro gemacht Roulette gewinne Juni 2019 1.06.2019 5000 Euro 2.06.2019 5000 Euro 3.06.2019 5000 Euro 4.06.2019 4000 Euro 5.06.2019 5000 Euro 6.06.2019 6000 Euro 7.06.2019 8000 Euro 8.06.2019 10.000 Euro 9.06.2019 4000 Euro 10.06.2019 6000 Euro 11.06.2019 4000 Euro 12.06.2019 7000 Euro 13.06.2019 8000 Euro 14.06.2019 14.000 Euro 15.06.2019 10.200 Euro 15.06.2019 10.500 Euro 16.06.2019 7200 Euro 17.06.2019 6600 Euro 18.06.2019 5000 Euro 19.06.2019 4000 Euro 20.06.2019 10.000 Euro 20.06.2019 10.000 Euro 21.06.2019 10.000 Euro 21.06.2019 10.000 Euro 23.06.2019 10.000 Euro 23.06.2019 10.000 Euro 24.06.2019 10.000 Euro 24.06.2019 10.000 Euro 24.06.2019 10.000 Euro 27.06.2019 10.000 Euro 27.06.2019 10.000 Euro 28.06.2019 10.000 Euro 28.06.2019 10.000 Euro 29.06.2019 3.000 Euro 30.06.2019 5.000 Euro 164.300 Euro